Hallo Leute, in einem Video von der Memri-Gruppe, auf das ich hier eingehe und kommentiere, wird ein Interview eines ägyptischen Fernsehkanals gezeigt, in dem ein Studiomoderator und ein Islam – ich nenne ihn jetzt mal Geistlichen – mit einem jungen Mann reden, der von sich sagt, er sei ein Nicht-Theist, also ein Atheist, und glaube daher nicht an die Existenz von Göttern. Was darauf passiert, treibt einem gebildeten europäischen Nicht-Moslim die Schamesröte ins Gesicht – oder sollte es zumindest. Der Moderator reagiert extrem emotional und bricht das Gespräch abrupt ab, da er wohl Angst hat. Angst davor, dass die Offenheit des Atheisten – andere Menschen in Ägypten, also meist Muslime – anstecken könnte und sie dann, Gott behüte, anfangen zu denken. Was genau macht denn ihm und dem heftig reagierten Geistlichen in der Al-Azhar-Uni in Kairo denn so viel Angst? Nun, der junge Mann sagt ganz klar, dass er keinen Gott braucht, um ein guter Mensch zu sein, also gut ohne Gott, um ein in der Gesellschaft produktives Mitglied zu sein. Aber das scheint ganz allgemein für Muslime schwer zu verdauen zu sein. Weil er legt jetzt noch einen drauf und sagt, es gäbe keinen guten Grund, an einen Gott zu glauben, und führt die Wissenschaften an, die ein erfülltes Leben ohne Götter heutzutage ermöglichen, da Götter ja nicht mehr benötigt werden, um Blitze, Donner, Wind und Wolken zu erklären. Aber das ist jetzt wohl ein bisschen zu viel für den, naja, ich sag mal den etwas weniger gebildeten Moderator, der jetzt in das typische Mantra des Wer hat Dich erschaffen rutscht. Was nicht ersichtlich ist, warum der Nicht-Muslim überhaupt eingeladen wurde und was der Moderator eigentlich von ihm erwartet hatte, wenn er doch seine Ideen präsentieren soll. Und den Höhepunkt dieser Auseinandersetzung zwischen moderner Offenheit und leider rückständiger bornierter Sturheit stellt für mich die Frage des jungen Mannes da, ist das schlecht? Das ist eine super Frage. Aber da die beiden Muslime im Studio keine Antwort haben, reagieren sie halt mit Angst und Zensur. Wie ich das ja auch bei mir persönlich so gewöhnt bin, wenn ich solche Fragen stelle. Und der Atheist wird aus der Sendung entfernt, weil er, wie der Moderator sagt, destruktive Ideen verbreitet und unbedingt in eine psychiatrische Behandlung gehört. Dazu entschuldigt er sich bei den Zuschauern für die Anwesenheit, wie er sagt, so einer Person. Weil ja, wir wissen das ja, jeder Mensch, der nicht an fliegende Esel oder sprechende Ameisen glaubt, unbedingt psychologische Therapie braucht.